Ja, dann sag doch mal Hallo. Okay. Dann sag ich mal Hallo. Er sagt einmal Hallo. Und ja. Hallo bei Besagan und Blues Brothers. Ja, und wir sind da im letzten Level. Auf der Baustelle. Auf der Baustelle. Und wir brauchen noch den Songtext oder so. Ja, was, ja. Ja, genau. Oh, du kommst da rüber. Der Fette natürlich nicht. Der muss da hochklettern. Oh. Ja, oh. Der Fette muss ja fast von ganzem. Wo bin ich denn? Wo bist du denn? Ich glaube, ich bin hoch. Du bist hoch. Ich bin uns spart, Magie. Ich weiss nicht. Der Dicke kann da nicht hoch. Ja. Ja. Ja, schau ich mal ab. Ich verdecke ihn. Ah! Da bin ich wieder. Alles gut. So. Kann man noch jemanden nicht schipfen? Huuu. Das war doch. Knäpp. Was ist jetzt die Frage? Was ist jetzt die Frage? Hier geht's nicht hoch? Warte doch. Warte doch. Hm. Kann ich hier kurz rüberschauen? Haha. Du musst ja nicht gleich runter. Ah, drüben gibt's hier den Jesus. Au! Und du schmeisst mit Kartoffeln nach mir durch die Lücke durch. Haha. Ja gut, wenn du willst kannst du da kurz nach unten schauen gehen. Oder nicht? Vorsichtig mit kaputten Leitern umgehen. Okay. Ah, das ist wieder. Ich geh zum Jesus aus dem Weg. Okay. Warte kurz, save set. Eins, save set. Ich will nämlich, dass du für mich kurz was erledigen tust. Geh kurz runter. Hä? Geh kurz runter. Runter? Ja, und jetzt drüber links. Und jetzt ziehst du den Dingens da drunter. Kannst du da gerade nach unten da, oder? Ja, sehr gut. Und jetzt gehst du da auf den linken rüber. Und dann gehst du da mal... Runter. Zum Fass rüber. Ich bin glaube ich wieder beim Start gelandet. Ja gut, äh... Ja... Ja, wollen wir weiter. Und wenn wir den Songtext nicht finden, dann gehen wir das anschauen. Als erstes. Wir gehen mal weiter. Hilfe! Hilfe! Ich versuche den Bürgermeister zu überspringen. Hilfe! Au! Ich bin hier irgendwo... Nimm doch einfach die Kiste. Das nächste Mal. Aber Jesus, Jesus... Jesus... Bekommt von mir... Bekommt eine Kiste. Bekommt von mir eine... Kiste mit Müller. So war das nicht gedacht, aber... Jetzt wird der Bürgermeister. Oh, hier geht's nach unten. Ja, hier geht's nach unten. Ja, hier geht's nach unten. Habe ich gesehen! Oh! Und ich schaue genau auf der defekten Wand. Ich gehe mir kurz das Feuer anschauen, wenn wir jetzt hier sind. Oder auch nicht! Oder auch nicht! Okay, lade! Oder willst du? Nein, nein! Das ist am Start! Das meine ich! Ich hätte endlos... Baustelle halt! ha 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 ha! FETTER BÜRGERMEISTER! Und hier hüpfen wir jetzt so weiter bis... Ah, okay. Das geht hoch. Hui! Welchen soll ich denn? Beider. Du bist so schlecht wie ich. Hui! Oh, shit. Oh, was ist das denn für einer? Ich hab's drauf. Oh, cool. Soll man da... Autsch! Hä? Hä? Was soll man denn hier lang? Das wird ein Jesus. Ich komm hier nicht hoch. Die Kessler! Immer weiter nach unten! Ich geh mal zum Feuer rüber. Wenn wir schon wieder hier sind. Hier rüber? Nein, auf das andere Plattform-Dingens. Okay. Okay, geh mal zum Feuer. Jetzt, wenn wir schon hier sind. Also, wo ist das? Ja, unten. Und... Genau, jetzt auf die... Genau, genau, genau. Du kannst auch so weit rüber, wie du kannst. Vielleicht... Okay. Geht's da rein? Da waren wir doch schon. Ah, okay. Waren wir da sogar drin? Ja, da hab ich ja die Platte... Da waren wir schon, okay, gut. Aber ich find's halt komisch, wir... ...waren jetzt dabei, da... ...auf der rechten Seite runter zu gehen. Nehmen wir ein bisschen nach oben. Ja, es ging ja nicht mehr weiter hoch. Ja, es ging ja nicht mehr weiter hoch. Du gehst eh lieber nach unten. Ich check's nicht. Okay, ganz langsam. So, hopp, 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 hopp. Das ist mein Problem. Wir sind ja doch schon... ...einen Meter vor dem... Sag ich dir, wie das geht. Ah, du bist ja nach oben. Und? Oh nein. Das hat nicht funktioniert. Ah, shit. Ja, es geht auch nicht mehr weiter hoch. Die Kamera geht auch nicht mehr weiter hoch. Wo ging's jetzt hier runter? Ja, der muss ja auch irgendwo stehen. Der kann ja nicht in der Luft stehen. Hier ist wieder Jesus. Wo ist denn jetzt hier? Da drüben ist... Könnte da drüben was sein? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Herz. Nichts weiter als ein Herz. Ah, hier ist der andere Jesus. Tür ist wieder irgendwer? Der hat mich runtergekickt. Jetzt ist es für's einfach. Es gibt noch einen Weg. Nein, da. Da gibt's... Au, au, au. Also meinen Kopf anzuschlagen habe ich drauf. Wow. Ja, einfach runter. Nee, du musst da eh wieder hoch. Das weiss ich jetzt schon. Hä? Ich warte mal. Ja, okay. Ich komme. Und geh. Wir müssen da eh wieder hoch. Ich habe gedacht, ich kann vielleicht gleich von oben rüber hüpfen. Äh. Äh. Oh shit. Nein. 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 Sag mir nicht. Ich bin ganz unten. So. Ich fall hier ständig irgendwo hin. Ich weiß nicht mehr. Okay. Ich weiss nichts mehr. Ich kann jetzt nicht mehr schreiben. Okay. Ich kann jetzt nicht mehr schreiben. Okay. Ha. Ich guck mal hier. Ich bin ein Profi. Ah, aber langsam mach ich mir echt Sorgen, weil das Fälle ist gleich zu Ende, so wie es aussieht. Wo bist du? Da, 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 da. Okay. Okay. Tschüss. Ah. Ja, und hier ist das Levelende. Jetzt dürfen wir suchen. Ich würde sagen, ich schneide das rein. Ja. Da hat's so... Aber viel zum Schneiden. So, ich nehme den Aufzug. Oh, ich habe es geschafft. Oh, ich habe einen Lauf. Oh, dreimal nacheinander. Jetzt habe ich es im Griff. Hey, mein Gott, ist das eine Kacksteuer. Jesus! Da, 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 da! Da, da, da! Was ist da, da, da? Ich dachte, du hättest auch deswegen was gesagt. Ich habe den Songtext gesehen. Da oben? Ja, gleich da oben. Wie gehst du da runter? Liebes Tagebuch. Langsam verzweifle ich. Ich hoffe es nicht. Mit dem Joyce-Dick wäre es vermutlich einiges einfacher. Also wenn wir jetzt hier runter gehen. Da runter. Hier, wo man stehen kann. Oder so. Ja. Das war ja... Das war ja da, wo du nicht mehr hochgekommen bist. Ja. Ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Ja. Du hast sie nicht genommen? Wahrscheinlich doch. Und habe es nicht gemerkt. Ich muss mal im Video nachschauen. Wie bekloppt sind wir denn? Was soll man denn hier lang? Das wird ein Jesus. Ich komme hier nicht hoch. Ich bin wahrscheinlich runtergefallen aus dem Bildschirm raus. Und währenddem ich gesagt habe, hat es gemacht. Und jetzt? Jetzt müssen wir hier vorsichtig irgendwie... Ja. So. Und damit sind wir wieder beim Ausgang. Yeah. Yeah. Wir haben es geschafft. Ist es jetzt aber fertig? Jetzt müsste, soweit ich sehe, das finale Level kommen. Das ist ein bisschen kürzer ist als die normalen Level. Jetzt kommt unser Auftritt. Jetzt müssen wir mal unseren Auftritt machen. Warte, hier kann man doch jetzt irgendwie... Nee, kann man nicht. Okay. Es ist schon Abend. Und ich rutsche auf den Haustest und umher. Ich gehe hier hoch. Ich weiss nicht wieso. Bam, 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 bam. Oh, shit. Ich komme dann mal später. Okay. Äh, ja. Keine Ahnung. Oh, da ist die Bühne. Ah, ja. Ich nehme einfach mal die Kiste mit. Okay. Kannst du nicht rein? Okay. Aber hier könnte es ja auch nicht durchgehen, oder? wir müssen auf der bühne nur wir finden sie nicht aber hier ist doch etwas mit dieser tür nicht hier hat es ja tschüss ja geh mal schauen jetzt bist du hinter dem publikum okay wir sind wieder am anfang es muss doch die tür gehen was hast du jetzt gemacht geht doch okay ich gehe nach oben und x ja ich weiss mache ich gehe nicht wie bei allen anderen auch aber ich habe es kaputt gemacht aber das geht ja gar nicht du kommst nicht durch die tür das muss eine das muss eine taste geben das muss eine taste geben moment das muss das muss jetzt alter ich habe das nicht gesagt na gut dann gibt es noch mal sonnenbrille das muss man aber richtig durch ja ich komme hier schon zurück man kann das auch ahnen es ist f7 logisch also wir können schon mal alle internetseiten die gesagt haben man kann es nicht wechseln die können wir schon mal fortschmeißen ja es ist f7 wir haben wir wussten es ja wir wussten es wir hatten es im gedächtnis irgendwo dass es geht dass es gehen muss weil wir haben es ja früher gespielt okay ich habe f7 nicht ausprobiert weil ich wusste ich habe irgendwo f8 f9 quicksafe quickload vielleicht auch f5 und dann habe ich halt f1 bis f4 ausprobiert und dann aufgehört es ist f7 okay scheiße das hätte es ein bisschen interessanter gemacht ja ach so ich bin dran ja hui und jetzt musst du f7 drücken zu dumm um durch die tür zu gehen hui er hat es auch erwischt kann man hier hoch kann man rüber hui oh jetzt bin ich scheiße ich bin gefangen nein jetzt sind wir fertig ja ich stehe aber nicht schön jetzt stehst du auch nicht schön ich will hier weg ich will in der Mitte ne ok ich gebe es auf wir sind am wir sind am dancen wir sind am performen ja die Menge tobt wuuu wuuu er wurde webt yeah er wurde webt ich habe es geschafft sag ich schon mal liken nicht vergessen teilen kommentieren und er hat es jetzt auch geschafft ist in der mitte yeah und ja dann sehen wir uns das nächste mal beim nächsten spiel definitiv welches das auch immer sein wird ich denke mal Lokomotion ne in dem Sinn sag ich mal tschüss 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 ha 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 Aber hier ist grün. Grün. Dieses Grätli, das ist grün. Ja. Das ist grün.